Tag Pothananda! Es ist Sonntag, vierter Advent und es regnet. Also der Potsche Winter. Was kann man denn schöneres machen, als mal eine Runde Pütt gucken? Also fläche Zollern heute für euch, wir Pothananda. Dann würde ich sagen, dann müssen wir noch ein paar Tacken berappen und dann gehen wir mal rein. Lohnt sich, war schon ewig nicht mehr. Arbeit ist des Bürgers Zierde. Tja, das ist wohl nicht ganz verkehrt. Wir sind hier in der alten Lohnhalle. Und ich kriege meine Augen überhaupt nicht mehr zu. Also ich staune, wirklich. Es ist faszinierend. Ja, Glück auf, Kumpel. Also wir können aber dann gehen. Kinder, es ist also, hier auf Zeche Zollern ist es einfach schön. Das Museum von der LWL, Industriemuseum hier ist einzigartig. Wir sind hier in den alten Hallen und erleben hier die Geschichte. So ein Bergmann werden. Und mit mir ist hier noch eine Familie. Und das ist ganz interessant, weil der Papa auch der Familie erzählt, wie das alles früher so war. Also kommt noch ein Stück hin. Also, ich weiß ja nicht, wie euch das geht. Ich habe mich immer gefragt, was ist, wenn ihr mal, ja, ihr wisst schon, also, wenn ihr unter Tage seid und, naja, Not kennt kein Gebot, ne? Und, äh, für alle Fälle, ne? Da rein. Glück auf, ist echt, ist wirklich keiner mehr da. Aber, ähm, ich will hier gar nicht zu viel verraten. Ähm, kommt doch einfach selber mal vorbei und lasst es einfach mal auf euch wirken. Ich finde es faszinierend. Wir sehen uns vor Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben es geschafft! Wir sind oben angekommen, völlig völlig außer Atem, dafür einen atemberaubenden Blick über Dortmund. Wahnsinn! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das ist ein echter Hingucker. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das ist der Raum der Erinnerung. Eine Rauminstallation aus dem Jahre 2016. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.